Hallo Michael! Philipp! Kleiner Scherz, ich weiß. Wie oft wirst du eigentlich Michael genannt? Kommt seltener vor als gedacht. Heute zumindest ja schon einmal. Apropos Verwechslung. Wieso steht in deinem Wikipedia-Artikel eigentlich ein anderes Geburtsdatum als bei deinem Bruder? Puh, gute Frage. Selber getürkt. Was kann dein Zwillingsbruder besser als du? Mit links werfen. Und was kann er noch von dir lernen? Den Rest. Wenn du dein Bruder wärst, dann? Wäre ich lieber ich. Und wenn du ein Kuchen wärst, dann wärst du ein? Eine schöne Sannecreme Totten. Kneipe oder Club? Kneipe. Bei welcher Süßigkeit wirst du schwach? Schokokrosis. Deine schlechteste Angewohnheit? Ungeduldig. Wie war deine Führerscheinprüfung? Kurz. Hattest du schon mal ein Haustier? Ja, Katze. Aber lang, lang ist es her. Wie darf beim Frühstück auf keinen Fall fehlen? Kaffee. Kannst du ein Dialekt sprechen? Nee. Mit dem Hochdeutsch ist das ein bisschen schwer, aber sonst ja. Schon mal ein Gesetz gebrochen? Ein Gesetz gebrochen. Mit Sicherheit. Erwischt worden? Nee. Hast du ein Lebensmotto? Mit Erwartungen fangen Enttäuschungen an. Dankeschön. Bitteschön.